happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei über DocGamble ich spiele heute für Mecht Arena und ja ich werde mal starten mit Battle Royale wollte ich gerade sagen mit Wettbewerb viel spaß die erste Runde geht los FFA und ich würde sagen wir werden gewinnen hoffe ich einmal hier wo gehe ich dann am besten hin mit denen habe ich noch keinen FFA gespielt schnell verstecken haha trotzdem erwischt oh lecky 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 oh 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 okay kann er hier drei kills es reicht noch nicht drei kills es muss noch mehr werden ich glaube da hinten in der Ecke wo HNK drin ist denke ich mal ist es am besten ähm ähm eder Emo. Okay. Emo haben wir ausgeschaltet. Jetzt kommt der Nächste. Da kommt keiner her. Die haben alle Angst. Okay, ich bin der Spitzenreiter. Nice. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey. Jawohl. Jetzt, you have won the match. Übrigens, ich habe mir heute einen neuen Dingens für Bargeld gekauft. Hemlock, der war gerade im Angebot für 2,50 Euro. Allerdings nur mit zwei Sternen. Ich habe mit dem noch nicht gespielt. Ich habe den noch nicht ausgelöstet. Ich habe mir nur erstmal gekauft und gedacht, schaue ich mal später an, wie der sich spielen lässt. Das wollte ich erstmal das Video machen. Wollt euch schon Bescheid sagen, dass meine... ...beste... ...Ranking von gestern... ...nicht immer aktuell ist. So schlecht kann es gehen. Gut, dann... ...schauen wir mal... ...die Bewertung hier an. Ja. 508 Pumpe, das ist doch nice. Okay. Dann, let's go. Nächste Runde. Die zweite Runde geht los und der kranke Lamm kommt. Ich habe ihn aber nicht gerufen. Jetzt spielen wir mal mit denen hier. Gerade haben wir ja mit... ...Örnebrö gespielt. Ach super. Okay, das ging mal schnell. Jetzt kommt da Scharfschütze dran. Der wäre eigentlich hier um, ganz gut, aber... Ups, da war ein falscher Knopf. ...Gas, Feuer da. So, normal. Hier oben nix frei. Nein, das ist doch falscher. Ich muss hier abholen. Ach, dann krieg ich den. Zack, zack, zack. Hier oben verstecken. Kommt einer von hinten. Jetzt... Äh, 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 noch nicht. Das war noch nicht mal mein Kill, gerade. Ja, super. Nimm mich um. Wui, der hat mich in der Luft erwischt. Gut. Probier mal mit ihm nochmal ein bisschen was aufzuholen hier. Woopsa. Hm, schade. Ich hätte 8 Kills gebraucht. Nee, ohne mich hat gerade nicht so schön. Aber die nächste wird umso besser. Wir haben alle gesehen. Jetzt spiele ich wieder mit. Mein Tank. Wieder zwei Queste fertig. Schön. Uuuuh. Ich war fünfter Platz. Und da waren die ganzen Bots. Gut. Ich war besser wie die Bots. Immerhin. Denn, jetzt geht's zur letzten Runde. Viel Spaß. Okay. Und die nächste Runde geht los. Die dritte Runde für heute. Jetzt spiele ich wieder direkt von am vergangenen hier. Ich stelle mich gleich hier rein. Ich muss jetzt mal den einen rausnehmen. Und den nächsten rausnehmen. Ein bisschen weitergehen. Hier kommt ja keiner her. Und dann auch wieder zurück. Ah. So, I missed. So, I missed. Ah, Mist, da hat er mich. Da hat der Boss mich. Nee, er hatte mich nicht. Ein anderer hat mich geholt. Oh. Geh mal kurz hier rein in der Ecke. Er ist nicht so stark. Ja, aber. Wie? Ich hätte gedacht, das schaffe ich. Ah, hier. Komme ich da hin? Und drauf? Nee. Komme ich nicht. Leider nicht. Stalker? Stalker? Da möchte ich mich hier auch stalken. Ah, da war einer von rechts. Ein Kreuz vorher genommen, ne? So, hier. Subi. Okay. Okay, gut. Nice. Boah. Zweiter. Äh, dritter. Äh, ja. Irgendwie so. Fango war der zweite. Aber ich habe auch einen. In MVP. Den dritten. Platz. Er passt ja. Dritter Platz. Oh, endlich aufgelabelt. Jetzt habe ich alle mich aufgelabelt bis auf Marco. Gut, das war es dann auch schon für heute. Ich sage Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.